Ja hallo meine Damen und Herren, willkommen auf Huckbos Flash. Ein kurzes Vlog. Hazard ist da im Hintergrund. Scheiße, ich wollte die Kappe noch anziehen. Gut gemacht Hazard. Kappeamt an. Oh, Kappen los. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, wir sind, das ist sehr interessant und eine große Ehre auch für uns. Das stimmt. Eine Ehre und zwar sind wir am Sonntag live auf EMP. Wie geil ist denn das? Was EMP kennt ihr? Ja, geiler Scheiß gibt es da immer. Unbedingt einschalten. EMP auf Twitch. Ich mache den Link natürlich in die Videobeschreibung. Machen wir eine Live-Show ab 19 Uhr. 19 Uhr live sind wir auf Twitch. EMP. Und das wird saugeil. Es gibt einen Überraschungsfilm, es gibt eine Videolootbox, es gibt Zockerei, schlimme Zockerei, Schreierei und alles, was ihr so kennt. Nur in gewaltig. Nee, unbedingt einschalten. Das würde uns sehr freuen. Unbedingt reinschauen. Ist ein Gastspiel, nenne ich es mal auf EMP. Ein Gastspiel. Aber man weiß ja nie. Ich hoffe, es schauen 200 Millionen Leute zu, dann wird das richtig geil. Absolut. Auf jeden Fall. Nee, guckt rein unbedingt. Link unten in der Videobeschreibung. Sonntag, 19 Uhr. Nicht vergessen. Bis dann. Ciao, euer Hood und Hazard. Auf jeden Fall.